Hier, so richtig schön, kann man sich ja vorstellen, Strand, Sonne, leicht bekleidete junge Männer, Klaus, oder Frauen. Und da war das total schwer zu vermitteln, dass das Publikum dann irgendwie auch in diese Stimmung kommt. Da ist mir eingefallen, dass meine Frauen in letzter Zeit, wenn wir so sonntags mal zu Hause sind und wir gucken Tatort, sagt meine Frau in letzter Zeit immer zu mir, Hammerklaus, ist dir auch so heiß? Da ist mir die Idee gekommen, dass wir das all den Damen widmen, weil das Stück heißt The Heat, also Fliehend Hits. Und da habe ich gedacht, wir widmen das an diesem Abend, solange es noch draußen kalt ist, und jetzt ist es ja nicht so warm all den Damen, die gerade sich in den Wechseljahren befinden. Ja, das ist auch nett gemeint. Guck mal, wie ich schwitze, ich bin halt auch, glaube ich. Und insofern bleibt das dem Publikum selber überlassen, an was man jetzt denkt, an die erste oder die zweite Geschichte. Das Stück heißt trotzdem The Heat, passt auf beides. Das Stück heißt es, ich bin haltbar. Musik 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 I left a girl for good who was treated me right, and I wonder if she will have been her man. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Thank you.